Peace ihr Lieben! Guten Morgen! Herzlich Willkommen zu einem neuen Vlog auf unserem Kanal. Was machen wir heute? Wir gehen heute mit Freunden in den Holiday Park. Ja, wir sind jetzt schon auf dem Weg. Wir treffen uns um 9 Uhr dort. Mal sehen die Chefs. Lassen wir uns mal überraschen, was dort so passieren wird. Wetter ist heute für den Park ganz gut. Es soll nicht so sehr heiß werden. Ja, dann nehmen wir euch heute mal wieder den Tag mit. Ihr habt uns ja schon ein bisschen vermisst, haben wir so raus gehört. Ja, dann gehen wir heute mal wieder mit euch on Tour. Yes, viel Spaß! Leute, das ist wieder typisch Püffchens. So sieht der Parkplatz aus. Da ist der Eingang. Wir sind eine Stunde zu früh. Übrigens, der Parkplatz kostet 10 Euro. Das ist ja schon für einen Eintritt, der fast 50 kostet, echt eine Menge Geld. Was ich Ihnen ungefähr 100.000 Mal gesagt habe. Ich hoffe, ich bin ein paar Wunder. Ja, dann sind die Karriere. So, wir haben übrigens hier auch den Schlemmerblock eingelöst, der ist hier drin, da kriegt man quasi 8 Euro Rabatt. Also die Lehrer wollen nicht Basemorten mehr. Nö, hier steht's drauf. Wir sind drin. Oh Gott, was ist das ein scheiß Job sein bei der Hitze? Das glaubst du auch noch du. Das glaubst du auch noch du. Nee, das könnte ich dir auch vorstellen. Ach, wie schön ruhig, kein Mensch ist hier. Da ist der Freefall Tower, kein Mensch ist hier. Wir sind hier. Echt? Nur Bienen war ja. 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 Gibt's hier was für dich? Weiß ich nicht. Vielleicht. Ich hab' sie wollen tatsächlich 10 Euro. Schön wieder im Tassenland. Machst du was? Das ist schon unverschämt. 10 Euro. Ja. Und so schön sind die eigentlich noch. Die sind auch cool. Die sind noch cool. Hier, was kosten die? Nicht. Gar nicht. Das ist gut. Also ich würde mir die Blue kaufen. Von Jurassic Park. Auch wenn sie nicht sonderlich schön ist. Aber 40 Euro. Ich mach' sie nicht raus. Ich hab' ich schon gesagt, weil der auch da was ist. Ich weiß gar nicht, weil ich war, ich war ja auch der Ecke und er hat immer hinter dir gesaugt. Und dann ist er jetzt so nah. Ja, also ich glaube so eine Wassershow habe ich jetzt auch nicht. Ist das nicht hier eigentlich? Der T-Rex. Guckt es euch an. Öffnet ab 12. Das ist ja eine Unverschämtheit. Das wollten wir als erstes fahren. Mir egal. Guckt es euch das Tüffchen an. Ich bin auf den Pest gegangen. Das Schwein. Ab nächstes Jahr ist hier ein neues Schlümpfe-Welt. Ich gagame zu Hause, benutze den Türklopfer und finde es heraus. Das ist Gold. Man nimmt einen Schnee. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh hier, die sieht ja barbarisch aus hier. Sieht cooler aus, aber ich glaube, das ist nichts für uns. Das ist mein Freund, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Falschrum Ich hasse Falschrumfahren Jetzt gehen wir nach oben Ich habe schon ein bisschen Angst davor Warum? Noch nass als die brennen Das geht ja kaum Eigentlich weil es so hoch ist Hallo, fährst du mit mir die steile Achterbahn? Ja, wo du mit Ruhe Wo es dreimal so steil ist Jetzt gehts Festhalten Festhalten Oh nein Mit der Fee fliegen Mit der Fee fliegen Das ist ja auch gut Hier ist die Heidi Yes, Sir Wisst ihr, was ich jetzt mit Rolf an sich Ich hoffe, du hast hier irgendwie nervte Pflichten drauf Hier steppt der Bärpüffchen, ha? Hello Meine Brille hat sich gerade verabschiedet in der Wildwasserbahn Heute sehr angenehm, das ist los Ja Jetzt sind wir hier auf jeden Fall im Bienen-Maya-Land Maya und Veli Foto mit Maya Was denkst du, wie die schwitzen die haben? Was denkst du, wie die schwitzen die haben? Die sieht dann voll nicht gut, die Maya So, wir fahren jetzt hier die Biene-Maya-Blumen Wir hocken hier den roten Ich hab extra rot ausgesucht für dich Rote knackchen Ja Kuchen runter Und der Willi guckt uns an Ja Kuchen Hebel hoch Seid ihr bereit? Jetzt gehts los Oh Wir fliegen Hör auf damit Kuchen 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 Wir sind jetzt einfach sitzen geblieben und fahren noch eine Runde, weil das ist so geil. Jetzt kommt die geile Musik. Aber ich steuer wieder. Los! Der wird trocken, der wird gleich nass. Achtung, blühe jetzt schnell aufgepasst. Das bliecht nur so. Wer will, der fliegt rundherum, wer will hoch, wer will tief, Wienchen, summ, summ, summ. Maja fliege hoch, hoch, hoch. Maja fliege tief, tief, tief. Maja fliege hoch, hoch, hoch. Pflege tief. Schon traurig, dass wir das Kinderkarussell am meisten feiern. Wie wär das? Achtung jetzt! Tschüss. Wenn die Kinder schon nicht fahren, müssen wir halt fahren. Da ist sie, dreift sie auf dem Flip rum. Der auch. Gibt Gas. Das hier wollen wir jetzt noch fahren. Das ist ein Dino-Splash. Da war einer ganz eilig. Die Kinder. Du willst was Dummes machen. Ja. Wenn die weiten Wege nun nicht immer wären. Jetzt stell dir vor, du musst es hier anstehen. Das sind meine Lieblings-Dinos. Raptoren. Die sind nämlich genauso hinterlistig wie ich. Wie lange noch? Ja klar. Und Angst? Nee. Oh, die Kurve nehmen wir aber weit nach außen. Oh, ich finde das immer so eklisch, wenn es knapp ist. Das passt wirklich auf dein Handy auf, ne? Ich hasse das Drehen. Ich sehe es schon kommen, dass ich es gleich voll in den Rücken trecke. Du. Ich habe sogar nie die Schuhe. Oh, du. Ja. Äh, ja. Etwas feucht. Den T-Rex hat es auch zerlegt. Ja. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Also bis jetzt sind nur meine Schuhe nass. Oh, da geht es rund. Oh ja. In die Fresse. I have to stay in die anderen. Ah! 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 Halt die Fresse da hinten. Oh, du bist aber jetzt. Na ja, das sieht ja auch nicht besser aus. Das war's schon, noch eine Runde. Also, wir sind auf jeden Fall etwas nass, aber er ist komplett nass. Noch eine Runde. Wir haben uns jetzt direkt nochmal angestellt, weil es so spaßig war. Runde Nummer 2 ist angesagt. Runde Nummer 2. Nass sind wir eh, ist eh scheißegal. Hier ist übrigens auch so ein Fotoapparat da. Oh, schießt aber nix. Ich glaube, das ist keine gute Idee, dass ich da mit dir sitze. Da ist der verreckte T-Rex. Das hält sich ja alles noch in Grenz. Und bitte nicht so tränen, ich hasse es. Die anderen denken sich jetzt, ja, es ist auch erst da passiert. Die anderen denken sich jetzt, wo bleiben wir? Jetzt sitze ich wieder hier hinten. Sie haben es bemerkt. Diesmal ist es aber nicht so nice. Was kreischt so eigentlich? Die Sonne kommt raus. Finito. ... ... ... Oh, cool. Leute, und wir sitzen schon wieder wie die Babys, aber diesmal haben wir die Maja bei uns sitzen. Oh ja, die Maja ist bei uns, die ist ganz mit Spinnenweben voll. Ja stimmt. Ich darf wieder steuern jetzt. Oh je. Ja, 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 ja. Guckt mal, wie voll die, sieht man gar nicht so. Und die Hörner sind abgebrochen, die Fühler. Die arme Maja. Hier siehts eh, also da sieht man schon, wie alt hier eigentlich eins einfach ist. Was gefällt dir, hä? Partyfisch. Achtung, Flüge, jetzt schnell aufgepannt. Wer ist Maja? Der Seele fliegt runter runter. Wir befangen die Mädchen zum zum zum. Maja, Maja, Maja hoch, hoch, hoch. Willi fliegt tief, tief, tief. Maja fliegt hoch, hoch, hoch. Willi fliegt tief. Und Runde Nummer vier. Das ist Special Bar. In Sölsons. Achtung. Maja fliegt hoch, hoch, hoch. Willi fliegt tief, tief, tief. Maja fliegt hoch, hoch, hoch. Und Willi fliegt tief. So, jetzt schließt der Park auch gleich schon wieder. In 30 Minuten. Wir wussten nicht, dass der unter der Wochenende bis 17 Uhr aufwacht. 10 bis 17 Uhr. Was ist das denn? Wir können euch ja gleich mal noch ein bisschen was im Auto erzählen. Wir laufen jetzt zum Auto. Ich habe Sonnenbrand des Todes. Obwohl es heute gar nicht so geht. Und später starten wir noch was Neues für euch. Wir sehen uns gleich nochmal im Auto. So, wir sitzen endlich im Auto. Oh Gott. Da wird man auch echt müde davon. Wir waren jetzt von 10 bis fast 17 Uhr im Holiday Park. Mit Schlemmerblock habt ihr ja gesehen 91 Euro Eintritt. Plus 10 Euro Parkticket. Ja, das war da schon mit drin. Also 81 Euro Eintritt. Und 10 Euro Parken. Das ist schon. Und Hefte ja weiß. Wenn wir jetzt als Familie da hingehen. Alter Schwede. Wir haben jetzt unter der Woche, ich glaube wir haben die verkürzt auch. Ja, also die hatten auch nur von 10 bis 17 Uhr offen. Ja. Fand ich ein bisschen komisch. Ja. Weil auf einmal um 16.30 Uhr eine Durchsage kam. Der Holiday Park schließt in einer halben Stunde. Okay. Wir mussten tatsächlich wirklich nirgends wo eigentlich anstehen. Ja, das war halt schon mega. Es war jetzt dienstags unter der Woche wo wir da hin sind. Optimal eigentlich. Das Wetter war optimal. Aber trotzdem ihr seht, ihr seht was wie feuerrot ich bin. Gott sei Dank hat die Bulli sich eingegräbt. Ich hab gar nichts. Mein Gesicht ist auf alles. Also ich hab 0,0. Obwohl die Sonne gar nicht so arg war. Aber Leute, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich war schon lange nicht. Viele Sachen gibt es nicht mehr. Viele Gäste waren zu. Die Geisterbahn war zu. Da kommt jetzt ein Schlumpf. Schlumpf. Es wird sehr viel umgebaut. Dann dieser große See. Wo immer die Wassershows früher waren. Gibt es auch nicht mehr. Gibt es nicht mehr. Das liegt da und es vergammelt. So sieht es halt aber auch aus. Ich hab dich auch aus. Man sieht schon, dass der Park auch... Gemäß der A6 Richtung Hannover weiter folgt. Dazu links halten. Machen wir. Dass alles veraltet ist. Keine Fotos kann man angucken. Ja, stimmt. War kein Personal da. Stimmt, die suchen Händeringen Personal. Weil wir haben gefragt bei dem Wildwasser Ding. Warum man die Fotos nicht angucken kann. Weil es hat geblitzt. Foto wurde gemacht. Und da haben die zu uns gesagt. Sie haben kein Personal mehr für die Fotostellen. Dann war ich ein bisschen enttäuscht. Gab nur zwei Achterbahnen. Im Tausendwerten der A6 Richtung Hannover weiter folgen. Muss man das Navi austreten. Ich bin ja im Öttschern zu nie mitgefahren. Die erste wo ich richtig Angst hatte. Die neuere waren. Dieses Splash. Nee, Skyscream. Ja. Da hatte ich richtig richtig Angst. Und die ging nur ein paar Sekunden. Also das war wirklich lächerlich. Und auch rückwärts runter. Und da hatte ich richtig Angst. Und das war eigentlich richtig cool. Die andere, die G4, die war richtig schlimm. Aber auch die ist schon Aspapural alt. Die gab es schon, wo ich ein Kind war. Ja, und wir haben ja richtig die Bienemeierbahn gefeiert. Die war richtig toll. Und der Mann, Mutter war auch richtig cool. Ich habe es mit ihm gesagt. Sie haben die beste Bahn. Da hat er gelacht. Die Bienemeier Blümchenbahn. Ja, das war richtig witzig. Die hat uns aber mit uns als Gruppe am meisten Spaß gemacht. Ja, es war ein richtig schöner Tag. Das auf jeden Fall. Und die Lieder, ich habe jetzt Ohrwürmer in meinem Kopf mit Maja fliege hoch hoch und Willi fliege tief tief. Ich habe sogar gefragt, ob man die Lieder nicht auf CD kaufen kann. Gibt es aber leider nicht. Der Mann kann alle in- und auswendig. Ja, also er seht, es war trotz allem ein richtig schöner Tag. Wenn ihr die Gelegenheit habt, unter der Woche zu gehen, geht auf jeden Fall unter der Woche. Nur mit Rabattgutschein. Ja. Also der volle Preis, das sind immerhin 50 Euro pro Person, ist es meines Erachtens nicht mehr wert. Ihr könnt ja, man konnte jetzt auch über das Kauf hin, könnte man Gutschein. Genau. Oder Lidl hat es glaube ich auch hin gehabt. Ja. Oder ihr nehmt halt den schlafen Schlepperblock. Und ihr wisst ja, wir machen auch viele Sachen in Kooperation mit dem Schlepperblock. Also es ist auch immer eine gute Sache. Ja, dann haut mal eure Erfahrungen mit dem Holiday Park in die Kommentare. Lasst ein Like, dann Abo und wir sehen uns nächste Woche wieder. Weil da seht ihr, was wir, wo wir jetzt herkommen, was wir nach dem Holiday Park noch veranstaltet haben. Das kommt nächste Woche. Dann haut rein und noch einen schönen Rest Sonntag. Bis zum nächsten Mal.